Hallo, mein Name ist... Yeah, Victor and Gene, so braver Victor and me Du hast es geschafft Victor, endlich stehst du mir gegenüber Doch keine Runde einzureichen, wäre wesentlich glüger Denn es gibt nichts, wo sich für dich dieses Battle mit mir lohnt Hast weder Rapskill, noch Qualität, noch nexliches Niveau Trotz meiner Mühe ist der Typ noch keine echte Runde Werd ich meine, sein Turnier ist doch das fucking, liebe ich Q&A Skritisier meine Karriere, das wär echt ein krasser Diss Aber wenn du dich steigerst, gehst du doch dieselben Fahrt wie ich Und seit der Paarung wird für dich das Texten immer schwerer Alles, was du sagen könntest, richtig selber sogar härter Also wie willst du das Konter, ey, ich sag doch nur die Wahrheit Junge, wie willst du das Konter, bringst du gar keine Pannstein Ciao, ciao, Victor, du bist raus, raus Komm mit mir ins Battle und ich mache dich zu Sau, Sau, Sau Wow, Victor will jetzt also wirklich battle Doch da wird ihm gar nix helfen, denn ich bin einfach der Peste Ciao, ciao, Victor, du bist raus, raus Komm mit mir ins Battle und ich mache dich zu Sau, Sau, Sau Wow, Victor will jetzt also wirklich battle Doch da wird ihm gar nix helfen, denn ich bin einfach der Peste Deine Teilnahme findet hier ein hässliches Ende Du kannst mich höchstens ficken, wenn du dieses Battle bewertest Und damit meine ich nicht, du votest dich dann selbst zum Gewinner Sondern dass du damit nur meinen zu Null sieg verhindernst Ey, du Flachpfeife, eignet dir einfach Ressourcen an, damit du retten and thermal tracks Analysiere die Petters und nutze sie dann für dich selbst Mach irgendetwas, das dir hilft und der achte Platz ist sicher zwar nicht hier Doch da wird ihm gar nix helfen, denn ich bin einfach der Peste Ciao, ciao, Victor, du bist raus, raus Komm mit mir ins Battle und ich mache dich zu Sau, Sau Sau, Sau Wow, Victor will jetzt also wirklich battle Doch da wird ihm gar nix helfen, denn ich bin einfach der Peste Ciao, ciao, Victor, du bist raus, raus Komm mit mir ins Battle und ich mache dich zu Sau, Sau Sau, Sau Wow, Victor will jetzt also wirklich battle Doch da wird ihm gar nix helfen, denn ich bin einfach der Peste Das war's für heute.